Können auf einem Apfelbaum Birnen wachsen? Auf einem Apfelbaum Birnen wachsen? Also diese Frage habe ich von jemandem bekommen, der auch dort den Apfel nicht weit vom Stamm fliegt. Da muss man sich manchmal schon ein bisschen... Auf einem Apfelbaum können keine Birnen wachsen. Aber es gibt tatsächlich so eine Möglichkeit, da kann man sie pfropfen. Also das so oben drauf setzen. Wie das genau funktioniert, müsst ihr mich nicht fragen. Das gelingt leider nicht, da nur artverwandte Obstbäume untereinander veredelt werden können. Das heisst dann eben aufgepfropft. Und zwar wächst auf einem Apfelbaum aufgepfropftes Birnenreis. Manchmal sogar an. Also genau umgekehrt geht es. Ich gebe Ihnen noch einen guten Tipp. Einfach einen Birnenbaum dazu pflanzen. Also auch diese Frage hätten wir sehr gut beantwortet, glaube ich.